Die neue AfD-Fraktion im Bundestag. Mit dabei jede Menge Abgeordnete vom extrem rechten Rand. Ein suspendierter Bundeswehrsoldat, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ein Mann, der menschenverachtende Videospiele finanziert. Und eine Frau mit besten Verbindungen in die rechtsextreme Szene. Wir wollten wissen, wie rechtsextrem ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag? Wie viele stehen dem Netzwerk um Björn Höckenau, dem Mann, den man nach einem Gerichtsbeschluss einen Faschisten nennen darf? Und welche Rolle spielt sein Weg künftig für die gesamte AfD? Letzte Woche im Bundestag. Die Mitglieder der alten und neuen AfD-Fraktion finden sich zum Gruppenbild zusammen. Aber kaum sind die Bilder gemacht, ist es mit der Harmonie schon wieder vorbei. Und der erste muss gehen. Matthias Helferich ist zwar für die AfD gewählt, wird aber nicht der Fraktion angehören. Ist er zu rechtsextrem? Offenbar passt er nicht ins Bild, das die Partei gern von sich zeichnet. Im Bundestagswahlkampf gab sich die AfD betont moderat als das neue Normal. Normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft. Klingt gut, oder? Deutschland, aber normal. Wir vertreten die konservativ-bürgerliche Mehrheiten in diesem Land. Wir wollen auch die Mittelschicht natürlich vertreten, diejenigen, die arbeiten, gehen. Leute wie Helferich könnten dieses Bild womöglich stören. Denn im Sommer wurde ein älterer Chat bekannt, in dem er sich unter anderem als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet oder mit seinen guten Kontakten in die Dortmunder Neonazi-Szene prallt. Sie werden wohl, falls die NPD in Dortmund nicht antritt, dazu aufrufen, mich zu wählen. Helferich tritt auch gerne mal mit Kornblume im Revier auf. In internen Chats bezeichnet er sie als das geheime Symbol der Nationalsozialisten während des Verbots in Österreich. Matthias Helferich wird trotzdem nicht ganz aussortiert. Nur vorerst soll er nicht Teil der Fraktion sein. Wenn man wirklich davon überzeugt gewesen wäre, dass Helferich in der AfD überhaupt nichts zu suchen hat, dann hätte man ihn aus der Partei ausschließen müssen. Doch das hat man nicht. Und für den Landesverband NRW, dessen stellvertretender Landessprecher Helferich ist, spielt die ganze Geschichte offenbar gar keine Rolle. Landessprecher Rüdiger Lukassen schreibt in einem Brief an die Mitglieder der NRW-AfD. Wir konnten immerhin zwölf Mandatsträger nach Berlin entsenden. Kein Wort davon, dass Helferich nicht Teil der Fraktion sein wird. In der Partei bleibt er weiterhin wichtig. Das belegt auch eine E-Mail von Lukassen, die Monitor vorliegt. Bevor der Landessprecher den Mitgliederbrief absendet, schickt er ihn seinem Vertrauten Matthias Helferich und schreibt. Ich bitte dich um Prüfung. Gruß Rüdiger. Der Vorgang zeigt, dass Herr Helferich trotz der äußerlichen Distanzierung innerlich integriert ist, dass er Teil des Maschinenraums der AfD in Nordrhein-Westfalen nach wie vor ist und auch als solcher verstanden wird als Repräsentant im Deutschen Bundestag. Das ist keine Distanzierung oder keine glaubwürdige Distanzierung, sondern schlicht und einfach eine Feigenblattpolitik. Matthias Helferich weist die Vorwürfe auf Monitor-Anfrage zurück. Lukassen äußert sich nicht. Einer wurde vorerst aussortiert, viele andere bleiben. Wir haben uns einige Abgeordnete der AfD mal genauer angeschaut. Zum Beispiel Hannes Gnauck. Der Bundeswehrsoldat vom Dienst suspendiert. Der militärische Abschirmdienst hat ihm die Sicherheitsstufe rot gegeben. Das heißt Einstufung als Extremist. Gnauck präsentiert sich gerne mal mit Björn Höcke oder bei dem rechtsextremen und vom Verfassungsschutz beobachteten Forum 1%. Ein Extremist als Volksvertreter? Auch neu im Bundestag, Christina Baum. Sie steht der Identitären Bewegung nahe, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft ist. Auf der Veranstaltung einer rechtsextremen Zeitschrift machte sie ihre Haltung zum Thema Migration deutlich. Und ob wir diese Wahrheit als Bevölkerungsaustausch, Umfolgung oder als schleichenden Genozid am deutschen Volk durch die Einwanderungspolitik der Grünen bezeichnen, Das lassen wir uns weder von den Altparteien noch von der Presse und auch nicht vom Verfassungsschutz vorschreiben. Christina Baum ist die süddeutsche Stimme des rechtsextremen Flügels der AfD. Und sie ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Abgeordneten, die jetzt in den Bundestag eingezogen sind für die AfD und eindeutig als radikal oder sogar extrem rechts einzuordnen sind, nicht nur aus Ostdeutschland kommen, sondern die kommen aus Baden-Württemberg, die kommen aus Nordrhein-Westfalen und auch aus Schleswig-Holstein. Das ist nicht ein rein ostdeutsches Phänomen. Und dann Roger Beckkamp. Bislang für die AfD im Landtag NRW. Er finanziert die Entwicklung rechtsextremer Videospiele. So unterstützt er mit 6000 Euro Spieleentwickler, die für Videospiele wie dieses stehen. Heimatdefender schießen sogenannte Globo-Homos ab, die Angela Merkel, Heiko Maas und Jan Böhmermann ähnlich sehen. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt es, das Spiel transportiere unter anderem antisemitische Inhalte. Oder Matthias Moosdorff. 2019 zeigt er sich auf einer Veranstaltung der nach dem Nazi-Wegbereiter benannten Oswald-Schwengler-Stiftung. Neben ihm Götz Kubitschek, dessen Institut für Staatspolitik wurde vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt gerade als rechtsextrem eingestuft. Was bedeutet es, dass Parlamentarier wie Baum oder Moosdorff ab jetzt im Bundestag sitzen? Das bedeutet, dass ganz gezielt Personen mit einer rechtsradikalen Szene, Bindung mit Kontakten auch zu außerparlamentarischen Gruppen in den Bundestag einziehen. Es ist nicht mehr ein diverser, vielfältiger und in einer Weise auch diffuser, gäriger Haufen, der die Fraktion jetzt bildet. Das heißt, wir sehen hier eine Professionalisierung der Rechtsaußenkräfte im Deutschen Bundestag, während gleichzeitig die vermeintlich mäßigenden Kräfte an Einfluss verlieren. Aber wie rechtsextrem ist die gesamte neue Fraktion? Wir nehmen alle Abgeordneten unter die Lupe. Was weiß man über sie? Wie kann man sie einordnen? Wie haben sie sich in der Vergangenheit geäußert? Bestehen Verbindungen zur rechtsextremen Szene, beispielsweise zur Identitären Bewegung? Gemeinsame Kriterien zu finden, ist schwierig. Am ehesten drängt sich die Nähe zum angeblich aufgelösten rechtsextremen Flügel um Björn Höcke auf. Den Thüringer AfD-Chef Höcke darf man, gerichtlich festgestellt, als Faschisten bezeichnen. Das Ergebnis unserer Untersuchung ist erstaunlich. Von den künftig 82 Abgeordneten im Bundestag können wir 43 nach ihrer ideologischen Ausrichtung als dem Flügel um Höcke nahestehend zuordnen. Nur bei 14 Parlamentariern ist dies nicht der Fall. Bei 25 Abgeordneten ist eine klare Zuordnung schwierig. Es gibt die Verschiebung nach rechtsaußen, auch in der Bundestagsfraktion. Gleichzeitig aber ist man bemüht, darüber hinwegzutäuschen, nach außen Einheit zu suggerieren, um nicht noch mehr Wählerinnen und Wähler darüber auch zu verschrecken. Und Rechtsextremisten um Björn Höcke könnten noch weiter an Bedeutung gewinnen. Denn während die AfD in den westlichen Bundesländern im Schnitt nur 8,2 Prozent der Stimmen erreichte, wurde sie in den ostdeutschen Ländern mit 18,9 Prozent mehr als doppelt so stark. In Thüringen konnte sie im Vergleich zur letzten Wahl sogar zulegen. Björn Höcke leitet daraus einen klaren Führungsanspruch ab. Er schreibt. Der Thüringer Weg hingegen ist erfolgreich. Wir zeigen in Thüringen, wie man die anderen Parteien vor sich her treibt. Wir haben ja schon beim letzten Bundesparteitag gesehen, wie Björn Höcke da quasi im Alleingang das Programm radikalisiert hat. Natürlich mit auch Vertrauten. Aber da sind jetzt eben Grenzzäune im Programm. Da ist ein Dexit, also ein Ausstieg aus der EU im Programm. Man will das Grundrecht auf Asyl wahnsinnig stark einschränken. Das sind ja alles Inhalte, die von der Strömung um Björn Höcke kommen. Und das wäre dann eben auch die Zukunft der AfD. Rückenwind kommt von seinen neuen Vertrauten im Bundestag. Er ist der Vorsitzende des einzigen Landesverbandes, der ja dazu gewonnen hat bei den Wahlen. Und von daher sollte man zumindest in Erwägung ziehen, sich mal das Konzept der Thüringen etwas näher anzuschauen, ob man das auch bundesweit auf die AfD übertragen kann. Und auch die extrem rechte Szene macht Stimmung für Höcke. In einem Kampfblatt der sogenannten Neuen Rechten heißt es. Von Thüringen lernen heißt Siegen lernen. Das heißt, dass der sogenannte Thüringer Weg zum Weg für die AfD insgesamt werden soll. Also es ist nicht nur eine Stärkung eines Landesverbandes, es ist die Stärkung eines extrem rechten Milieus, das um diesen Landesverband herum sich aufgebaut hat. Ob Höcke und sein Lager sich durchsetzen, könnte sich schon bald zeigen. Denn im Dezember wählt die AfD eine neue Parteispitze und mit ihr wohl auch ihre künftige Ausrichtung. Der eher gemäßigt auftretende Parteisprecher Jörg Meuthen hat jedenfalls schon mal seinen Rückzug angekündigt.